Musik In meinem Buch geht es um den Sängerkrieg auf der Wartburg, der 206 stattgefunden haben soll. Die bedeutendsten deutschen Dichter und Denker treffen sich auf der Wartburg zu einem Wettstreit auf Leben und Tod. Alles im tiefsten, verschneiten Winter, gewissermaßen eine Art Name der Rose mit deutschen Dichtern und Denkern. Also zuerst ist natürlich jedes Buch, was ich schreibe, immer auch ein Buch, was ich gerne lesen möchte. Aber vor allem habe ich dieses Buch geschrieben, um all den Freunden des Mittelalters Lesestoff zu geben. Etwas authentischeres, lebendigeres Mittelalter als in den ganzen Konfektionswaren, Mittelalter-Romanen, die man sonst so sieht. Also ein bisschen erdiger, ein bisschen schauriger, ein bisschen lustiger, einfach lebendiger. Musik Also mir geht es mit dem Buch wahrscheinlich etwas darum, ein literarisches Denkmal der Wartburg zu setzen. Also jener großen deutschen Burg, wo die Geschichte quasi aus jener Ritze quillt, wo man mit Luthers Bibelübersetzung, mit dem Sänger kriegt, mit der Heiligen Elisabeth, mit dem Burtschenschaftsdenkmal. Wo man so viele historisch bedeutsame Ereignisse auf einem Fleck vereint hat. Das finde ich einfach ganz faszinierend. Und dem wollte ich in meiner Weise ein Denkmal setzen. Musik Ich denke, ich werde jetzt nach vier historischen Romanen einmal einen Gegenwartsroman schreiben. Also irgendwas, was heute spielt. Aber was genau das sein wird, weiß ich noch nicht. Musik Ja, abschließend möchte ich jedem raten, einmal auf die Wartburg zu fahren, wer noch nicht da gewesen ist. Entweder vor der Lektüre meines Romans oder danach. Hier ist ein kleines Modell von der Wartburg. Sie ist auch im Original nicht sehr viel größer, aber es ist wirklich geballte deutsche Geschichte, geballte deutsche Mythen. Und das Ganze nimmt eben in meinem Mittelalter gewissermaßen seinen Anfang. Also, hinfahren! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017